Die Slowakei hat soeben einen zweiwöchigen Lockdown ausgerufen. Nachdem die Neuinfektionen im Land einen Höchststand von 10.315 Infektionen erreicht hat, hat man sich zu diesem Schritt entschieden. Die Situation soll nach zehn Tagen überprüft werden. Auch nach dem Lockdown soll es nur Lockerungen für Geimpfte geben. Die Slowakei ist mit nur 45 Prozent Impfrate klar unter dem europäischen Durchschnitt.